Heidi, was war das für ein Jahr? Wir haben großartige neue Kunden gewonnen. Wir haben viele, viele Preise gewonnen. In Cannes beispielsweise, EFI, viele internationale Awards. Wir haben die Elfie-Kampagne gemacht, die auch ein paar Mal Kampagne des Jahres geworden ist. Was war dein persönliches Highlight dieses Jahr? Mein persönliches Highlight war ganz einfach, dass wir den PR-Report Award gewonnen haben. Wir waren auch in der Kategorie Agentur des Jahres. Und ich durfte diesen Preis in Empfang nehmen. Ich durfte wieder auf die Bühne. Und das hat mich stolz gemacht, ganz einfach, dass ich hier arbeiten darf. Stellvertretend für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Achtung, Heidi, du bist die Beste. Du bist so wichtig, auch nach außen, weil du die erste Stimme bist, die man hört. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Solle Weihnachtsmäheime. Danke, danke, danke. Unsere Heidi. Danke. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Tschüss, neues Jahr.